hallo leute ich begrüße euch zurück hier bei fallout 3 vor dem linken memorial immer noch ohne hannibal wie ihr sehen könnt ich habe mal ein wenig im world wide web nachgesehen und herausgefunden dass es sich hier bei einem bug handeln könnte oder jedoch dass er einfach etwas länger braucht um hinzukommen deshalb werden wir jetzt einfach mal eine andere aufgabe zwischen schieben und zwar die gute aufgabe das fantastische aquacura dafür sollen wir ja zum jefferson memorial reisen das waren wir mal direkt das heißt wir werden hier später einmal vorbeischauen und gucken ob sie dann hier aufgetaucht sind wir wollen wie gesagt noch diese aufgabe machen und wir haben noch eine aufgabe im nord um die wir uns kümmern wollen aber alles zu seiner zeit so unsere aktuelle aufgabe lautet übrigens die leute die es nicht mehr wissen den standort von griffins abfülloperation finden und beweise dafür besorgen herausfinden was bixley beim projekt purity über griffins wasservorrat weiß dass wir hier wir wollen herausfinden wo er dieses aquacura her hat beziehungsweise ob jemand hier davon etwas weiß so das jefferson memorial haben wir auch schon eine menge erlebt eine menge gemacht hier sind sogar neue sachen erschienen die waren hundertprozentig nicht hier diese munitionskisten störe tut uns aber nicht auch beleuchtet ist ja alles besser glaube ich oder ja guckt euch an ich werde später wiederkommen guten tag er hat richtigen stapel in der hand habe ich noch nie gesehen ach so äh hallo gelehrter bixley hat lions eine kleine glückwunschrede gehalten dann geht es ja sicher in ordnung wenn ich diesen punkt übergehe dadurch dass sie und ihr kleiner freund da den aufbereiter wieder auf vordermann gebracht haben ist mein leben zur reinsten hölle geworden aber das ist den helden des ödlands ja wahrscheinlich egal was das denn für eine ich weiß nicht wovon sie reden was ist mit diesem aufbereiter lüge und ihn ebenfalls ein herzliches hallo idiot ja wie bitte wer sind sie denn noch gleich entschuldigen sie bitte ich bin bixley ich bin nur ein wenig überarbeitet sie haben doch sicher die schlange vor meiner tür gesehen nicht wahr ja sieht so aus als hätten sie alle hände voll zu tun alle waren von diesem aufbereiter so begeistert und ständig hörte man projekt purity dies und projekt purity das aber hat je einer gefragt hey was sollen wir mit all dem sauberen wasser denn tun raten sie mal wer sich um dieses unauffällige detail kümmert es wäre ja nicht so schlimm wenn ich unterstützung hätte aber dieser kleine krieg mit der enklave hat die ressourcen der bruderschaft erschöpft außerdem muss ich auch noch für einen haufen von labor kitteln das muttchen spielen ah ja kann ich irgendwie helfen meinen sie das ehrlich und es gibt sehr viele dinge bei denen ich hilfe gebrauchen könnte doch meistens geht es um papier kram und die aufgabe intelligenzlern vernunft einzutrichtern das könnte wirklich jeder messdiener erledigen ich bin davon überzeugt dass ich ihre erfahrung und ihre talente wesentlich sinnvoller einsetzen könnte ja wie kann ich denn helfen nun die wasserkarawanen aus rivet city brauchen hilfe gegen ungewöhnlich gut organisierte banditen jemand muss der sache auf den grund gehen und die bewohner von megaton wollen mehr aquapura dabei habe ich ihnen erst eine lieferung geschickt jemand muss in megaton nach dem rechten sehen ja gut kann ich machen aber erstmal griffon dreht irgendein krummes ding mit dem aquapura wissen sie was darüber nicht dass es sie etwas angehen würde aber wir haben ein abkommen er kauft wasser ich liefere es ihm mit den kronkorken und den geräten die ich von ihm bekomme finanziere ich die anderen wasserlieferungen ich schicke meine männer mit dem wasser zur museumsbehörde auf der promenade und griffon gibt ihnen das geld so weit so gut lions würde das nicht gut heißen aber mittlerweile ist mir das ziemlich egal ich brauche die mittel und es ist genug wasser für alle da ja aber moment also hätten sie was dagegen wenn ich die frage welche rolle sie da genau spielen fragen sie ruhig heute werde ich sowieso nicht mehr viel arbeit erledigen können das allgemein okay sie sehen sehr müde aus mit den augenringen keine ahnung wann ich das letzte mal geschlafen habe aber den spuren auf dem schreibtisch zufolge muss ich unlängst eingenickt sein ich habe nicht wirklich mitleid für den ich weiß nicht ich traue dem alle ich traue dem kerl nicht ja welchem gelehrten ohrotten gehören sie denn an naja das ist eine sehr lange geschichte ich bin ganz ohr fahren sie fort ich begann bei den schwertern und erhöhte die leistung von lasergewehren einige neulinge konnten mit der leistung nicht umgehen und verletzten sich dann trat ich den schilden bei bowdich missfiel es als ich bewies dass er und seine theorien über kraftfeldresonanz etwas antiquiert waren danach kam ich zu den federn jameson weigert es sich tatsachen zu akzeptieren die im widerspruch zu ihrem rosa roten optimismus stehen sie weist unliebsame menschen gern feld einsetzen zu nehmen sie beispielsweise mich oder jelings exil in dieser verfluchten bibliothek ich dachte rothschild und ich liegen auf derselben wellenlänge stattdessen folgt er wie alle anderen blindlings den befehlen dieses alten mannes oh man ok gut ähm ja worum geht es bei der karawane aus river city wenn ich nur an river city denke die glauben ihnen gehört die welt die ganze zeit blären sie sie wären doch unsere wissenschaftler so ein mist gerade so als hätten sie uns einen gefallen getan unser schutzabkommen würde beiden seiten was bringen dachte ich ich hoffte dass sie mittlerweile die wasser karawanen selbst eskortieren würden stattdessen beschwert sich officer le pelletier andauernd über irgendein organisiertes gangstersyndikat anscheinend haben die jungs aber doch nicht das zeug dazu deswegen würde ich sie bitten dass sie officer le pelletier zur hand gehen ja würde ich gerne machen mal sehen wie ich dem sicherheitspersonal von river city helfen kann großartig hoffentlich können sie ihnen auf die sprünge helfen ohne ihre hilfe können wir das nicht schaffen das ist keine aufgabe ahja beschützer beschützen des wasserwegs ähm ja sie glauben megaton versucht ihnen noch mehr wasser abzuzapfen ich weiß nicht was ich glauben soll aber lions sitzt mir wegen der sache im nacken er kriegt wohl böse briefe aus megaton man fordert eine lieferung dabei habe ich eben wasser geschickt das eine woche bis einen monat halten sollte wenn sie die sache mit megaton klären können damit mir lions von der pelle rückt werden sie es nicht bereuen ja mal sehen was ich in bezug auf megaton machen kann wirklich das ist großartig es tut mir leid dass ich sie nicht unterstützen kann momentan sind alle unsere ressourcen gebunden viel glück natürlich kann ich sie für ihre mühe auch mit einer kleinigkeit belohnen falls sie erfolg haben passen sie da draußen gut auf sich auf hm ja gut tschüss ich wünsche ihnen einen schönen tag oder ist es schon nacht schwer zu sagen ich glaube die haben mir absichtlich ein büro ohne fenster gegeben ja ich will doch nicht zu viel mit dem reden es ist auf jeden fall ziemlich arme sau um das mal klar zu sagen aber wahnsinn wie sich das pure purity verändert hat Toiletten haben immer noch keine türen aber die beleuchtung ist besser die computer funktionieren hier ist ein bisschen mehr einrichtung drin die rohre laufen wieder also die haben tatsächlich durch das addon broken steel auch nochmal verändert man sieht das ganz gut schön ok dann würde ich sagen haben wir jetzt einige neue aufgaben bekommen übrigens unten links der questmarker funktioniert wieder das hat einfach nur an einem neustart des spiels gelegen daher waren wir da jetzt gott sei dank von einem schlimmeren bug verschont das ist im gebäude der museumsbehörde bevor wir uns jetzt um die wasserwege kümmern würde ich gerne aqua cura abschließen wir müssen mal ganz kurz etwas nachschauen wir müssen mal ganz kurz etwas nachschauen woher ach so hier ist das hier ist der eingang das gebäude woher 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 genial ok museumsbehörde hier scheint also der vorrat zu sein was 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 wie soll die tot sein das kann jetzt nicht wahr sein oder wie soll die tot sein Hey! Ah! Ah! Ich hoffe, ihr wisst, alles was passiert. Da hinten spawnen gerade Hunde, die unsere Begleiter... Da ist er schon. Der ist schon tot. Hannibal ist schon tot. Ich fang euch echt da zu heulen, ist da das? Das kann doch nicht wahr sein, oder? Ja, Möglichkeit wäre... Ähm, ja. Also stimmt es tatsächlich, sie kommen. Ja, ja. Ähm, wir sind wieder am Anfang des Videos. Das sage ich mal sowieso als Ankündigung. Ich werde die Quest nicht scheitern lassen. Das heißt, wir werden jetzt kurz hier warten, bis sie kommen. Tut mir leid, Leute. Dann werden wir uns gleich in den Dialogen nochmal schnell durchklicken im Projekt Purity. Rausschneiden will ich eigentlich nichts. Ich möchte euch gerne so viel von dem Spiel zeigen wie möglich, auch wenn es jetzt eine Wiederholung ist in dieser Situation. Aber das ist ja wieder blöd gemacht, oder? Das finde ich gerade wieder ein bisschen blöd. Wie gesagt. So. Warten. Wir warten jetzt einfach. Wir werden jetzt so lange warten, bis sie irgendwann mal ihren Hinternieren bewegen. Sie haben ihr Wort gehalten. Sie sind jederzeit im Tempel der Einheit willkommen. Nehmen sie diese Pläne als Zeichen unserer Dankbarkeit. Diagramm-Fallpistole. Ja. Da kommen sie. Nee, den nicht. Alter Schwede. Das war noch nicht alles. Gut, das war's dann wohl. Sailor ist fast gestorben. So. Okay. Die Hunde haben die also alle getötet. Ist schon klar. Aha. Ist schon klar. Ist schon klar. Jefferson Memorial. Wir müssen uns nochmal schnell durch die Dialoge klicken. Ah. Es tut mir leid, Leute. Aber immerhin. Jetzt haben wir die Quests abgeschlossen. Wir werden gleich mal sehen, ob die Figur ihren Kopf wiederbekommen hat. Schön wär's ja. Aber ich zweifle noch so ein bisschen dran, dass das so schnell funktionieren wird. Aber okay. Mann, tut mir echt leid, Leute. Aber... Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die da... Also... Das ist ja echt... Mann, oh Mann, oh Mann. Hallo. Ach Gott, da schläft er sogar. Na? Hat da doch sogar einen leckeren Meierlöckkuchen liegen. Hat Leins eine kleine... Ah. 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 gar... Wo kommen die ganzen Eimer hier her? Hat jetzt im Namen gar nicht so lange gedauert. War ja noch ganz annehmbar. So, wir reisen jetzt aber zum Jeffers Memorial. Ach, Quatsch. Zum Lincoln Memorial natürlich. Und wollen jetzt erstmal zusehen, dass wir hier einen wunderschönen Kopf auf der Figur sehen. Denn ich denke mal, das haben wir uns jetzt verdient. Da! Der Kopf ist wieder drauf. Jetzt können wir übrigens die Früchte unserer Arbeit sehen. Jetzt sind sie auch alle hier. Das ist echt toll. Hat sich ja gelohnt. So. Da sitzt unser Lincoln. Jetzt wieder mit Kopf. auf dem Körper. Sieht sogar verdammt gut aus, oder? Da oben steht auch eine neue Schrift über den Tempel der Freiheit. Sehr schön. Okay. Das heißt, wir haben eine weitere Aufgabe abgeschlossen, die ich mit euch unbedingt noch machen wollte. Ich denke mal, das ist ganz okay so. Ja, jetzt erst mal das Aquacura. Boah, ich liebe Fallout. Hoffentlich wird auf der Gamescom Fallout 4 angekündigt, Leute. Ich würde weinend zusammenbrechen, wenn ich den ersten Trailer davon sehe. Egal, wie gut der ist. Ich würde weinend zusammenbrechen. So, wir wollten uns jetzt erstmal um das Aquacura kümmern. Dafür müssen wir in das Gebäude der Museumsbehörde. dann muss Kapitol und rein in die gute Stube. Und rein in die gute Stube. Ich weiß nicht, was uns hier erwarten wird. Ich muss aber schnell laufen und das Radio ausmachen. Ui, der tötet uns. Nein, nein, nein. Wir müssen kurz gucken. Radio ist aus. Ich muss das leider jetzt machen. Weil ich zusehen muss. Wo ist das Radio denn? Wir gehen einfach mal eben weiter. Wir müssen ein bisschen aufpassen wegen Musik. Ich will nicht, dass das Video gesperrt wird. Hier geht's in den Keller. Vielleicht ist es hier im Keller und einfach nur durch die Decke geschallt. Das sieht aber nicht sehr legitim hier aus, was hier gemacht wird. Ah ja. Meine Güte, das lief sogar ein Lied. Das darf nicht wahr sein. Hier. Griffins Abfüllanleitung. Musik ist echt gefährlich hier in Fallout 3. So, Notizen. Hier spricht Griffin. Hört mal gut zu, ihr Pfeifen. Ich überlasse euch die Führung meines Abfüllunternehmens, während ich in Underworld bin. Ihr macht folgendes. Zunächst einmal schießt ihr auf alle außer mich und euch selbst. Schnüffler sind das Letzte, was ich hier drin gebrauchen kann. Wenn Bixleys Leute vom Projekt Purity aufkreuzen, bezahlt ihr sie sofort. Aber lasst sie nicht herein. Nehmt das Aquapura, schüttet es in der Zwischenzeit in Pfannen und Waschbecken und füllt die leeren Flaschen mit aufbereitetem, verstrahltem Wasser. Wenn ihr genug Flaschen zusammen habt, bringt ihr sie zu mir nach Underworld. Ich nehme euch die neuen Flaschen ab und gebe euch euren Anteil. Ah ja. Haltet eure fettigen Schädel von den Perücken fern. Das meine ich ernst. Ha ha ha. Wenn das seine Perücken sind. Okay, er hat also hier das Aquapura umgefüllt. Weil wir jetzt immer noch nicht wissen, was der mit dem Aquapura gemacht hat. Naja. Das werden wir wohl auch nicht erfahren. Okay. Aquacura. Ich habe mal ein paar Flaschen vermisst. Das ist so genial. Ja, wie gesagt. Wir müssen aufpassen mit den Soundtracks. Das habe ich ja auch im Hauptspiel schon gesagt, als wir das aufgenommen haben. Während das Haupt-Let's-Play, sage ich mal. Der Soundtrack kann mein Let's-Play töten. Um es mal metaphorisch zu sagen. Oder theatralisch. Er könnte mein Let's-Play hinterrücks erdolchen. Um es geschichtlich zu sagen. Da die Kirche... Geschichte... Griffins Apfel... Haben die alle Perücken auf? Der nicht. Der hat aber gerade eine Perücke auf. Finger weg von meinen Perücken. Gott, Griffon, Alter. Der ist so krank, der Kerl. Raus hier. Und auf nach Underworld. Mir sieht so aus, als würden wir gleich einen weiteren Cool-Kopf mit einer Kugel schmücken. Beziehungsweise, als würden wir ein weiteres Hören an die Weltoberfläche bringen. Hinaus aus dem Schädel. Ähm, ich glaube nicht, dass der jetzt freundlich reagieren wird, nachdem wir da seine ganzen Abfüllarbeiter getötet haben. Naja, wir warten ab. Ich will keine freundlichen Schlüssel ziehen. The Amazing Aquacura. Na? Ich habe ihr kleines Abfüllunternehmen gesehen. Das Spiel ist aus. Bitte, was? Mein Abfüllunternehmen? Ah, Sie meinen den Ort, an dem ich meine geheime Zutat in das Aquacura gebe? Das ist kein Aquacura. Wenn Sie mal entschweigen wollen, müssen Sie es bezahlen. Entweder Sie sagen es Ihnen oder ich sage es Ihnen. Suchen Sie sich was aus. Ich lasse Sie nicht auffliegen, aber Sie verkaufen ab nun richtiges Aquacura. Ja, das ist okay. Das wird meine Profite beträchtlich schmälern. Aber vielleicht haben Sie ja recht. Immerhin war es ja auch nicht leicht, das Aquacura an Raiders und Sklavenhändler zu verkaufen. Das ist eine ganz üble Kundschaft. Na gut, ich verkaufe Ihnen den echten Stoff. Aber die Sprüche für das fantastische Aquacura benutze ich weiter. Die geben den armen Leuten Hoffnung. Hoffentlich merkt keiner die Veränderung. Vielleicht entpuppt er sich ja tatsächlich als wundersames Heilmittel. Kommen Sie in einigen Tagen wieder. Treten Sie ruhig alle näher und kaufen Sie das fantastische Aquacura. Das ist die Lösung aller Ihrer Probleme. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt wirklich das erreicht habe, was ich erreichen wollte. Oder ob der jetzt nicht einfach weiter sein Mist verkauft. Naja. Vielleicht hätten wir ihm einfach sagen sollen, dass er die Wahrheit hätte sagen sollen. Sei es drum. Okay. Weltkarte. Wir reisen nach River City. Ich wollte ohnehin ein wenig handeln. Einige Gewehre verkaufen. Und wir haben hier auch noch die Vi-Wasser-Quest oder die... Ne, Wasserwege sichern. War hier in River City. Ah. Wie alt das Spiel Fallout 3 ist mittlerweile schon geworden. Es ist ja wirklich richtig in die Jahre gekommen. Ich meine, es ist ja von 2008 oder 2009. Es ist schon relativ alt. Auch das Let's Play von mir ist jetzt schon relativ alt. Es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Ich merke das immer, immer wieder. Ich will nichts stören. Hallo? Ich kenne Sie nicht und schere... Sie sind wohl ein ganz harter Bursche. Was wollen Sie sich mit mir anlegen? Das wäre Munitionsverschwendung. Gehen Sie lieber, bevor Sie von der Sicherheit verhaftet werden. Jaja, ich werde nicht handeln. Sie haben wohl beschlossen... Hier. Äh, falsch. Sie... So. Ja, ich werde etwas töten. Ich möchte gerne verkaufen. Chinesisches Sturmgewehr. Die alle. Der hat schon nichts mehr. Kann nicht wahr sein. Munition. 308er. 556er. Schrot. So. Oh man. Ah, hallo. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Ich habe auch gar nichts an Geld. Immerhin. Bitteschön, bitteschön. Können wir die Perücke anziehen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Lass auf. Ja. Nein. Powerhelm, denn... Bah, wieder die falsche Taste. Das kann nicht wahr sein. Denn wir wollen ja wieder Eindruck schinden. So. Wir aktivieren unsere Aufgabe für das nächste Video. Und zwar die Aufgabe. Beschützer des Wasserweges mit Offizier Lappeltier reden. Der müsste sich sogar hier befinden. Ah, ne. Hä? Außerhalb der Stadt, wie es aussieht. Ich bin verwirrt. Ach so, der befindet sich hier vorne auf dem Podest. Ah, wahrscheinlich mit einer Wasserkarawane, die wir dann unterwegs beschützen müssen. Ja, tatsächlich. Toll. Ein weiterer Wasserwettler. Das ist so freundlich. Alles klar, im nächsten Video geht es dann hier weiter mit dem Sichern des Aquapuras. Nachdem wir jetzt das Aquakura auch geklärt haben. Was steht denn hier? We pay caps or beer. Ah ja. Im nächsten Video werden wir dann hier zu sehen, dass wir die Wasserwege sichern. Hier sieht man schon die Karawanen. Sogar extra neue Brahimar haben die designt. Guckt es euch an. Ist ja Wahnsinn. Cool. Also die haben sich echt Mühe gegeben. Meine Güte. Und auch hier die Schilder sind neu. Naja. Ich freue mich drauf. Morgen geht es weiter. Quatsch. Übermorgen geht es weiter hier bei Fallout 3. Mit einigen weiteren Nebenaufgaben. Ich freue mich drauf. Schaltet ein hier auf meinem Kanal. Bis dann, Leute.